Es war ein einstimmiger Beschluss, mit dem die Generalversammlung der Vereinten Nationen am Donnerstag die erste globale Resolution zum Thema künstliche Intelligenz verabschiedet hat. Heute haben alle 193 Mitglieder der UN-Generalversammlung mit einer Stimme gesprochen und sich gemeinsam dafür entschieden, künstliche Intelligenz zu beherrschen, anstatt sich von ihr beherrschen zu lassen. Die heute verabschiedete bahnbrechende Resolution zementiert den globalen Konsens für sichere, vertrauenswürdige KI-Systeme, die sowohl die nachhaltige Entwicklung fördern als auch die Grundfreiheiten respektieren. Die nicht bindende Resolution wurde von den USA vorgeschlagen und von China und über 120 anderen Ländern mitgetragen. Sie zielt nach US-Angaben darauf ab, persönliche Daten zu schützen, KI auf Risiken zu überwachen und die Menschenrechte zu wahren. Es ist der jüngste Schritt in einer Reihe von Initiativen von Regierungen weltweit, um die Entwicklung der künstlichen Intelligenz zu beeinflussen. Lassen Sie uns bekräftigen, dass KI unter dem Aspekt der Menschlichkeit und Würde, der Sicherheit der Menschenrechte und der Grundfreiheiten geschaffen und eingesetzt wird. Kritiker befürchten, der verstärkte Einsatz von KI könnte unter anderem zur Störung demokratischer Prozesse, zur Ausweitung von Betrug oder zum Abbau von Arbeitsplätzen beitragen.